In unserem Video erklären wir dir an einem Beispiel, wie du Schritt für Schritt beim Analysieren von Gedichten vorgehst. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Bei der Gedichtanalyse untersuchst du ein Gedicht auf seinen Inhalt, seine Form und seine Sprache. Wenn du dich dabei noch nicht auskennst, dann schau dir zuerst noch unser Video zur Gedichtanalyse an. Zur Vorbereitung auf deinen Aufsatz liest du das Gedicht mehrmals durch und machst dir dabei Notizen zu auffälligen Textstellen und sprachlichen Besonderheiten. Als Beispiel für unsere Gedichtanalyse nutzen wir Rilkes Gedicht Der Panther. Stell dir vor, du sollst zur folgenden Aufgabenstellung eine Gedichtanalyse schreiben. Analysiere und interpretiere Rilkes Gedicht Der Panther und gehe dabei auf seinen Inhalt, seine Form und seine Sprache ein. Berücksichtige auch, dass es sich bei Der Panther um ein Ding-Gedicht handelt. Die Aufgabenstellung verrät dir, dass du an deine Analyse auch direkt eine Gedichtinterpretation anschließen sollst, in der du die Ergebnisse deiner Analyse deutest. Danach gehst du in deiner Interpretation auf die Gedichtart näher ein. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Teile deiner Gedichtanalyse an unserem Beispiel an. Du beginnst mit der Einleitung, die die wichtigsten Informationen über das Gedicht enthält. Dein erster Satz könnte zum Beispiel so aussehen. In dem Ding-Gedicht Der Panther, das zwischen 1902 und 1903 entstand, beschreibt Rainer Maria Rilke das Schicksal eines Panthers in Gefangenschaft. Hier nennst du also den Titel des Gedichts, den Namen des Autors, das Erscheinungsjahr, die Gedichtart und das Thema. Außerdem gehst du in deiner Einleitung auf die literarische Epoche ein und greifst die Fragestellung auf. Damit der Leser weiß, worauf du dich in deiner Interpretation konzentrierst, formulierst du auch eine Deutungshypothese. Darunter verstehst du den Leitgedanken, auf den du dich in deiner Analyse konzentrierst. In unserem Beispiel gehst du also darauf ein, dass du im Hauptteil deiner Analyse die Merkmale des Ding-Gedichts herausarbeiten wirst. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Sehr gut! Dann beginnst du auch schon mit deinem Hauptteil. Hier beschäftigst du dich erst einmal mit dem Inhalt des Gedichts. Das bedeutet, dass du den Kerninhalt, also die Hauptaussage, und die einzelnen Sinnabschnitte in wenigen Sätzen zusammenfasst. Der Kerninhalt könnte zum Beispiel so klingen. Das Gedicht Der Panther handelt davon, wie ein wildes Tier durch die Gefangenschaft in einem Käfig seinen Lebenswillen verliert. Dass es ein Panther ist, wird nur durch die Überschrift deutlich. Danach untersuchst du den Inhalt der einzelnen Strophen. Pro Strophe sind ein bis zwei Sätze ausreichend. Folgende Formulierungen sorgen für mehr Abwechslung in deiner Analyse. In der ersten Strophe wird beschrieben, das Hauptmotiv des Gedichts ist und im Laufe der Strophe lässt sich eine Veränderung erkennen. Als nächstes gehst du auf die Form des Gedichts ein. Dazu zählen die Anzahl der Strophen, das Reimschema, das Versmaß und die Kadenzen. Versuche auch an deine Beobachtungen zur Form gleich eine Interpretation anzuschließen. In unserem Beispiel ist es wichtig festzustellen, dass das Reimschema und das Versmaß sehr regelmäßig sind. Die regelmäßige Form spiegelt nämlich das eintönige Leben des gefangenen Panthers wider. Die Kreuzreime könnten im übertragenen Sinn die Gitterstäbe des Käfigs darstellen. Alles Wichtige zum Thema Reimschema erklären wir dir hier. Im nächsten Abschnitt deines Hauptteils untersuchst du die sprachlichen Auffälligkeiten. Das heißt, du greifst die wichtigsten Stilmittel des Gedichts auf und interpretierst, warum der Dichter sie an den jeweiligen Stellen verwendet. In der ersten Strophe sind zum Beispiel die Personifikationen besonders auffällig. Denn die Gitterstäbe des Käfigs erscheinen lebendiger als das gefangene Tier selbst. Die Stilmittel betonen hier, dass der Panther seinen Lebenswillen bereits verloren hat. Vergiss nicht, deine Beobachtungen stets mit Zitaten aus dem Text zu belegen. Außerdem stellst du in deiner Analyse immer wieder einen Bezug zu deiner Deutungshypothese her. Dazu musst du erst einmal erklären, was ein Dingedicht überhaupt ist. Zum Beispiel so. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Dingedicht als Gedichtform immer beliebter. Dabei steht ein Tier oder Gegenstand im Mittelpunkt des Gedichts. Anschließend arbeitest du wichtige Merkmale des Gedichttyps an dem Beispiel heraus. Super! Im Schluss fasst du deine Ergebnisse noch einmal knapp zusammen. Dann beantwortest du die Frage, was der Dichter mit seinem Gedicht aussagen will. Den Teil nennst du auch Autorintention. Das kann zum Beispiel so aussehen. Mit seinem Gedicht möchte Rilke die Menschen dazu auffordern, aus ihrem persönlichen Gefängnis, dem Alltag oder festgefahrenen Gesellschaftsregeln auszubrechen. Sehr gut! Jetzt weißt du, worauf du bei deiner Gedichtanalyse achten musst. Um ein Gedicht wirklich zu verstehen, musst du auch in der Gedichtinterpretation fit sein. Wenn du dazu noch mehr Informationen brauchst, schau dir gleich noch das passende Video an. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.